Das ist, was ich auf jeden Fall können sollte. Ich möchte eigentlich einmal zu 60 Comments dann bieten, weil das quasi der leichtere Teil ist von dem Level. Die ersten 60% sind meiner Meinung nach deutlich schwerer. Wenn ich 60 zu 100 gut kann, dann kann ich mich den ersten 60% widmen. Kommt noch so ein kommentarisches Spam. Hier muss man nämlich alles buffern und den mache ich dann auch mit Leertaste und Mausspam quasi einfach. Klassische Faulheitsmanage-Umgegenstrategie. Funktioniert, ist ein bisschen unkonventionell, aber solange es consistent ist, scheiß drauf. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach mal DarkBrain und Rebirth ein bisschen von Null. Zumindest mal NewBest oder so. Ey, ey, ey. Huch, ein bisschen zu schnell, aber NewBest! Fuck, NovelBoy Level sind halt alle so ein bisschen komisch. Abgesehen von Bloodless. Ich glaube, Bloodless ist das ziemlich das brauchbarste NovelBoy Level, oder? Wobei es ja vom Gameplay her auch nicht wirklich nur von ihm ist. Aber woher jetzt der Name draufsteht. Bruah, das hat so wies gelaggt. Hilfe. Schade. Cool. Ich glaube, ich habe das Level in zwei Runs. Ich war nicht bereit dafür. Eine halbe Stunde. Perfekt, Digga. Ich bin absolut unfähig zum Fliegen und hole 61. Es macht Spaß. Mann! Sorry. Jünger. 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 Der hätte mir zum vierten Mal bei 48 heute. Ah, nee, Digga. 86. Ach, Junge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020